Ja, während ich hier mit ihm am Telefon spreche, werde ich dabei aufgenommen vom hessischen Fernsehen. Sehen Sie, also ich danke Ihnen schön. Danke sehr, ich Ihnen und den Beteiligten allen. Auf Wiedersehen. Max Horkheimer, einer der Väter der kritischen Theorie, einer der Begründer des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt. Dem Institut für Sozialforschung gehören und gehörten mit Horkheimer Philosophen wie Theodor W. Adorno, Friedrich Pollock, Herbert Marcuse an. Das Frankfurter Institut war vor allem in den 50er Jahren die Lehrstätte der jungen Linken. Hier wurden die theoretischen Grundlagen dessen gelehrt, was sich in der studentischen Revolte als Praxis zu verwirklichen sucht. Das Institut in Frankfurt wurde aber auch kürzlich von Studenten besetzt. Adorno, Lehrer der Linken, rief die Polizei. War damit der Zusammenhang zwischen der Theorie der Lehrenden und der Praxis der Lernwilligen zerbrochen. Max Horkheimer, 1895 in Stuttgart geboren, von 1951 bis 1953 Rektor der Frankfurter Universität, lebt heute in Montagnola im Tessin. Hier scheint ein Leben seine letzte Station gesucht und gefunden zu haben, das durch die Auseinandersetzung mit dem Faschismus und Totalitarismus bestimmt war. 1933. Horkheimer verlegt sein Institut von Frankfurt nach Genf, später nach Paris, dann nach den USA, wo er an der Kolumbia-Universität in New York wirkt. Die kritische Theorie, von Hegels Dialektik wie von der marxischen Gesellschaftskritik bestimmt und angeregt, wird zur Waffe im Kampf gegen den heraufdämmernden, gegen den Europa beherrschenden Nationalsozialismus. Horkheimer hat in der Kritik der instrumentellen Vernunft die Probleme, vor der das Denken in jenen Jahren stand, so definiert. Damals stand die Philosophie vor der Alternative, die anarchistischen Konsequenzen der Liberalismustheorie zu akzeptieren oder einem anarchistischen Nationalismus zum Opfer zu fallen. Diese Alternative wird von den Theoretikern der Neuen Linken bis heute aufrechterhalten. Sie kann sich auf Herbert Marcuse wie auf Horkheimer berufen, wenn sie dem Liberalismus die Tendenz zuschreibt, zum Faschismus umzuschlagen. Die konsequentesten Arbeiten veröffentlichte Horkheimer unter dem Pseudonym Regius. Aber der entstand aus Notizen, die ich meist nachts gemacht hatte. Jetzt sollten Sie die Notizbücher sehen, die seitdem entstanden sind. Das ist auch heute noch. Ich mache eigentlich viele meiner Notizen nachts. Und was ich Ihnen vorlesen wollte, das sind also lauter Notizbücher, was Sie vielleicht interessiert dabei, ist meine Schrift, die also immer noch die alte deutsche ist. Aber das, möchte ich sagen, ist natürlich nicht so stilisiert, wie ich dann stilisiere. Das ist wirklich nachts unmittelbar vor dem ins Bett gehen, wenn ich schon ausgezogen bin und noch auf dem Bett sitze. Und da heißt es Art Pessimismus. Die immanente Logik der gesellschaftlichen Entwicklung weist auf den Endzustand eines total technisierten Lebens hin. Die Herrschaft der Menschen über die Natur erreicht ein solches Ausmaß, dass der Mangel und die Notwendigkeit der Herrschaft von Menschen über Menschen verschwindet. Das Ende jedoch ist zugleich völlige Ernüchterung, das Erlöschen von Geist, soweit er vom Verstand als Werkzeug sich unterschied. In der Bibliothek im Arbeitszimmer in Montagnola. Hier stehen die Bücher der Philosophen, deren Gedanken Horkheimer weiterentwickelte, kritisch neu überdachte. Kant und Hegel, Schopenhauer, Freud und Marx. Hier entstehen die Notizen, mit denen er immer wieder die Wirklichkeit reflektiert. Die von ihm verfassten, von ihm angeregten Arbeiten füllen ein großes Regal. Also hier oben sind die Arbeiten des Instituts, als es im Jahre 1924 begonnen hat und als noch Grünberg der Direktor war, aber dann schon, als es überging, 1930, in die Situation, in der ich Direktor des Instituts geworden bin. Der erste größere Band, den ich herausgegeben habe, war Autorität und Familie. Eine Sammlung von Studien, die sich auf ein äußerst wichtiges Thema beziehen. Was ist die Art, in der Autorität durch die Familie bedingt wird? Der Glaube an Autorität. Das ist auch dieser. Dann hier ist die Zeitschrift, die im ersten Jahr noch in Deutschland erschien, dann bei Alka in Paris und schließlich in New York. Das sind die fünf Bände, die ich nicht geschrieben, aber doch organisiert habe, die Forschungen organisiert habe und sie herausgebracht habe und sogar das Geld zusammengebettelt habe, die aber, glaube ich, nicht unwichtig sind. Untersuchungen über das Zustandekommen der Vorurteile arbeiten über den Fanatismus, über die Rassendiskriminierung, über die Wirkweise der Demagogie. Das waren die Hauptthemen, denen sich das Institut in Amerika widmete. Hier wurde der Faschismus analysiert, auf das er sich nicht noch einmal ereignen könne. In der 1944 zusammen mit Theodor B. Adorno geschriebenen Dialektik der Aufklärung haben Horkheimer und Adorno die für Herbert Marcuse und damit für die weltweite Studentenbewegung wichtige These entwickelt, dass die technische Rationalität mit der Rationalität der Herrschaft selbst verschmilzt. Mit anderen Worten, der technische Fortschritt wird zum Instrument der Herrschenden, nicht zur Wohltat der Beherrschten. Der marxische Optimismus in die Entfaltung der Produktivkräfte hatte sich hier pessimistisch gebrochen. Die gemeinsamen Arbeiten, so zum Beispiel die Frankfurter Beiträge zur Soziologie, wurden nach der Rückkehr in die Bundesrepublik fortgesetzt. Was war das Neue an der von Horkheimer zusammen mit seinen Mitarbeitern entwickelten Soziologie, die den Namen kritische Theorie trägt? Ja, diese Soziologie war ein Hinausgehen über die kritische Lehre von der Gesellschaft durch Marx, die der Wirklichkeit mehr angemessen war. Denn, jetzt ist eine Sache, glaube ich, sehr wichtig. Der Marx hatte das Ideal der Gesellschaft freier Menschen. Er glaubte, dass diese kapitalistische Gesellschaft notwendig über die durch das steigende Elend der Arbeiter bedingte Solidarität sein müsse. Diese Idee ist falsch. Diese Gesellschaft, in der wir leben, verelendet nicht die Arbeiter, sondern hilft ihnen zu einem besseren Dasein. Und außerdem hat der Marx gar nicht gesehen, dass Freiheit und Gerechtigkeit dialektische Begriffe sind. Je mehr Freiheit, desto weniger Gerechtigkeit. Und je mehr Gerechtigkeit, desto weniger Freiheit. In der kritischen Theorie, wie ich sie dann auch später noch entwickelt habe, liegt der Gedanke zugrunde, dass man das, was gut ist, also die gute, die freie Gesellschaft, in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, nicht bestimmen kann. Dazu fehlt es uns. Aber wir können die negativen Seiten dieser Gesellschaft, die wir verändern wollen, die können wir aussprechen. Erst im letzten Jahr ist die kritische Theorie in einer Neuauflage erschienen. Die Dialektik der Aufklärung wird erst in Kürze wieder zugänglich sein. Die Studenten wollten sie Horkheimers frühe Schriften studieren, mussten auf Raubdrucke zurückgreifen. Die Begründung? Die meisten sind in den 30er Jahren entstanden. Solange der Nationalsozialismus gedauert hat, habe ich mir gedacht, eine Revolution kann nichts Schlimmeres bringen. Nachdem aber der Friede hergestellt war, da hatte ich Angst vor der Revolution, denn Diktatur ist ärger als das, was in Deutschland herrscht. Und das war der Grund, warum ich so gezögert habe, denn ich wollte nicht, dass man meine Schriften als revolutionäre Propaganda benutzt. Kritik der Gesellschaft ja, aber Aufforderung zur Revolution keineswegs. Nachdem der Nationalsozialismus überwunden war, hätte eine Revolution wahrscheinlich wiederum eine Diktatur geschaffen. Und ich glaube, wogegen wir jetzt sein müssen, ist, dass die, wenn auch noch so bedenkliche Entwicklung, zu der allgemein verwalteten Welt nicht über Katastrophen und Diktaturen führt. Was damals an der Schwelle des Faschismus galt, will Horkheimer also heute so nicht mehr anwendbar wissen. Heute sind die Fragen unendlich viel komplizierter, denn es gibt ja heute nicht nur Momente, die um jeden Preis überwunden werden müssen, sondern es gibt auch Momente, an die man denkt, die erhalten werden sollen, wenn nicht das Positive radikal verschwinden soll. Aber wie gesagt, damals schon, also zu jener Zeit, als die kritische Theorie entstand, ist in einem Aufsatz gesagt, den ich vielleicht Ihnen in einem kleinen Auszug vorlesen darf, erscheinen einzelne Momente der kritischen Theorie mit verkehrtem Sinn in der gegnerischen Theorie und Praxis, so hat sich seit der Niederlage aller fortschrittlichen Bestrebungen in hochentwickelten Ländern Europas die Verwirrung selbst unter ihren Trägern verbreitet. Die Aufhebung der gesellschaftlichen Verhältnisse, welche die Entwicklung hemmen, ist in der Tat das nächste historische Ziel. Und ich glaube, durch diesen Satz ist bezeichnet, was die kritische Theorie will. Sie will das bezeichnen, was überwunden werden soll. Ohne sich in Spekulationen über den Endzustand einzulassen. Herr Professor, dieser letzte Gedanke, dass Sie sich vor allen Dingen um das kümmern, was in dieser Gesellschaft abschaffenswert, verbesserungswürdig ist, und weniger Gedanken über die utopische Zukunft machen, ist das der Hauptunterschied Ihrer Lehre zu der von Herbert Marcuse? Es fällt mir schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich meine, dass im Hinblick auf die Definition der kritischen Theorie Marcuse mir nicht widersprechen würde. Der Unterschied heute besteht hauptsächlich darin, so meine ich, dass er wenigstens von sehr vielen so verstanden wird, als ob nicht Missstände das Schlechte an der gegenwärtigen Gesellschaft, sondern die gesamte gegenwärtige Gesellschaft, so wie sie heute ist, abgeschafft werden sollte. Ich meine, das könnte der Unterschied sein, aber vielleicht würde er mir jetzt widersprechen und würde sagen, nein, einiges soll doch erhalten werden. Aber viele jedenfalls, viele haben ihn in diesem Sinne missverstanden. Denken Sie etwa an den Begriff der repressiven Toleranz. Ich würde heute sehr stark betonen, dass Toleranz in den gegenwärtig noch demokratischen Staaten nicht nur repressiv ist. Ja, ich würde weitergehen und würde sagen, dass ich mir überhaupt keine Situation, keine gesellschaftliche Situation vorstellen kann, in der es nicht auch Repression gibt. Die gehört mit zu dem, was möglich ist. Meiner Ansicht nach. Aber ich darf jetzt einfach noch mal meine Frage stellen. Nicht nur mit der repressiven Toleranz, mit der Beurteilung der repressiven Toleranz, sehe ich zumindest einen Nuancenunterschied zwischen Ihrer kritischen Theorie und der von Herbert Marcuse, sondern beispielsweise auch, dass er diese Gesellschaft, die liberale Gesellschaft, unsere Gesellschaft, als zwangsläufige Vorstufe zum Faschismus sieht und deshalb für nur durch Revolution heilbar. Diese zwei Aussagen scheinen mir verschieden wahr zu sein. Also die erste wäre, dass unsere liberale Gesellschaft eine Tendenz zum Faschismus hat. Das vermag ich nicht zu verneinen. Eine solche Tendenz hat sie, und das zeigen ja auch viele Länder. Nicht etwa ist das in Deutschland geschehen, sondern es zeigt sich auch in vielen anderen Ländern. Aber, wie ich schon sagte, ich meine, dass eine Revolution dieselben Gefahren in sich enthält, nämlich die Gefahr der Diktatur. Unüberhörbar ist der zurückhaltende, der pessimistische Zug dieser Einsichten. Was immer wieder überdacht wurde, war das Verhältnis vom Denken zu Gewalt, war der drohende Umschlag des Gedankens in den Terror der Praxis, in die Verlockung der Losungen. Würden Sie als Philosoph sagen, dass es irgendwann irgendwelche Rechtfertigungen für Gewalt geben kann? Ich wage nicht, Nein zu sagen. Es könnte so sein, zum Beispiel würde ich annehmen, dass in den beiden Regimen, von denen wir eben gesprochen haben, sowohl im nationalsozialistischen wie im russischen Regime wahrscheinlich das Furchtbare nicht passieren würde, wenn die wüssten, dass es schlimme Konsequenzen nach außen hätte, dass die anderen es nicht dulden würden. Aber die Beziehung zwischen den Ländern, nicht nur, sondern auch zwischen den führenden Politikern, wird von ganz anderen Dingen als von Recht und Unrecht bestimmt. Und das ist etwas, was mich an der Politik sehr erschreckt und was mich deprimiert. Aber das bringt mich auf die Frage zurück, über die wir oben schon andeutungsweise gesprochen haben. Die kritische Theorie muss sich doch auch mit den Kategorien Böse und Gut auseinandersetzen. Und Sie haben vorher gesagt, dass das Gute nicht darstellbar ist. Ja. Ich habe vor allem gesagt, dass das Absolutgute, das Schlechthingute, nicht dargestellt werden kann, sondern jeweils nur die Überwindung von Missständen, die man bezeichnen kann, von Schlechten, die man bezeichnen kann. Eine Erklärung dessen, was das Gute Schlechthin ist, das Ideal überhaupt, hat wiederholt in der uns bekannten Geschichte zu furchtbaren Grausamkeiten geführt. Man denke etwa an das, was im Namen dieser schönsten Lehre des Christentums im Mittelalter sich ereignet hat. Man denke an das, was etwa eigentlich in allen Nationen sich ereignet, wenn man die Nation, in der man selber lebt, als das Schlechthin absolut Gute ansieht und die anderen als das weniger Gute. Man denke an den Kommunismus, der sich als das absolute Ideal hinstellt, was im Namen all dieser zum Schlechthin Guten erklärten Ideen sich an Furchtbarem ereignet hat. Die kritische Theorie sagt, du kannst zeigen, was das Schlechte ist und versuchen, es zu überwinden. Aber du kannst das Allerletzte, Höchste nicht darstellen. Daher legt die kritische Theorie ihren Hauptwert auf die Kritik der Gesellschaft und nicht etwa auf das Bild der schlechthin richtigen Gesellschaft. Dasselbe gilt sogar auch für Karl Marx. Marx hat zwar vom Reich der Freiheit gesprochen, aber er hat sich gehütet, dieses Reich der Freiheit auszumalen. Das haben dann andere getan, die Revolutionen gemacht haben und nachher nicht das Reich der Freiheit verwirklicht haben. Für den 74-jährigen Max Horkheimer scheint es also keine allzu direkte Brücke von der Kritik an der Gesellschaft zu ihrer praktischen Neuordnung zu geben. Wenn es daran Kritik zu üben gibt, dann in dem Sinne, wie Habermas es getan hat. Der jüngst schrieb, wenn Horkheimer und Adorno ein Versäumnis vorzuhalten wäre, dann allein die Ungewissheit, in der sie andere darüber gelassen haben, ob sie jene defensive Pragmatik genauso triftig aus theoretischen Einsichten wie aus nur zu gut fundierten lebensgeschichtlichen Erfahrungen gewonnen haben. Die gut fundierten lebensgeschichtlichen Erfahrungen, sie konnte Horkheimer vor allem an einem bis zu Beginn des Faschismus unvorstellbaren Ausbruch des Fanatismus machen. Ich glaube, dass der Grund des Fanatismus mit der eine Gesinnung, welche es auch sei, ob eine religiöse oder eine politische oder eine soziale, daher kommt, dass der Zweifel an ihr nicht mit ins Bewusstsein aufgenommen wird, sondern verdrängt wird. Das, was Sie Dialektik der Vernunft nennen würden, und dass man also den Zweifel mit in die Sicherheit hinein nimmt? Der Zweifel gehört ja mit ins Bewusstsein aufgenommen. Denken Sie doch etwa an, also was mich immer, immer beschäftigt hat, dass das Christentum doch wirklich die Nächstenliebe lehrt und dass eigentlich die Vorstellung des Christentums die ist, dass der Gläubige in die ewige Seligkeit aufgenommen wird, der wahrhaft Gläubige, sodass diejenigen, die nicht glauben, eigentlich bedauert werden müssten, sodass man sagen müsste, ach, die Armen, die haben die Einsicht nicht. Anstelle dessen ist doch fast immer das Gegenteil eingetreten, und die anderen sind anstatt bemitleidet gehasst worden. Ja, es ist ihnen furchtbares Geschehen. Das hängt mit diesem Problem des Fanatismus zusammen, von dem ich eben gesprochen habe, weil doch ein gewisser Zweifel da ist und weil die gehasst werden, dass sie das nicht glauben müssen, was man selber nicht ganz glaubt. Denn der Gläubige... Der Hass gegen andere, Andersdenkende, der dem verdrängten Zweifel entspringt. Und als Instrument, mit dem dieser Fanatismus geleitet wird, die von Hitler, aber nicht nur von Hitler, praktizierte hemmungslose Demagogie. Die Menschen müssten unter die jungen Menschen schon unterrichtet werden über die demagogischen Tricks. Dann würde in der Geschichte viel Unheil verhindert werden können. Herr Professor, darf ich dabei bleiben, was sind demagogische Tricks? Also, das sind Arten des Sprechens, die noch nicht ganz erforscht sind, von denen aber einiges sich sagen lässt. Etwa die Masse der Superlative in einer Rede. Oder, dass wir und die anderen, die in dieser Rede schlechthin die Guten und die Schlechten bedeuten. Oder, das absolute Ziel, das absolut gut ist, von dem wir vorher gesprochen haben. Das völlige Ausschließen des Zweifels aus der Rede. Oder, die Erklärung des Demagogen, ich bin ja wie ihr, ich bin einer von euch, auch wenn es gar nicht wahr ist. Oder der Gedanke, dass gegen uns eine Verschwörung im Gange ist. All das sind demagogische Tricks, insbesondere dann, wenn sie wiederholt werden. Und ich meine, es wäre eine unendlich wichtige Sache, im Unterricht, in den Schulen, und daher vorher schon, im Unterricht an den Hochschulen und Universitäten, wo die Lehrer ausgebildet werden, diese Dinge zu analysieren und Forschungen einzuleiten, die damit zu tun haben, damit die Menschen gegen Demagogien weniger anfällig werden. Solche Aufgaben der Soziologie und Philosophie sind mit dem Begriff einer zweiten, einer neuen Aufklärung am besten zu kennzeichnen. Diese Aufklärung kennt den Fortschrittsoptimismus der ersten Aufklärung nicht mehr. Sie glaubt nicht mehr an den unangefochtenen Sieg der Vernunft. Schon das bewahrt sie vor einem bedenkenlosen Sturm auf das Alte, auf das in der Tradition Gewachsene. Diese Wendung zur Tradition wurde von denjenigen gern übersehen, die in Horkheimers kritischer Theorie nur die radikale Demaskierung des Vorhandenen und Herrschenden sehen wollten. Ich darf Ihnen vielleicht einen Satz hier zitieren, der in einem Anhang zu dem Aufsatz über traditionelle und kritische Theorie in der Zeitschrift Sozialforschung steht. und der letzten Endes schon in gewisser Weise gegen Marxens Gedanken von der freien Gesellschaft als absolutes Ziel gerichtet ist. Da sage ich, die Erfüllung der Möglichkeiten hängt von geschichtlichen Kämpfen ab. Und selbst nach Errichtung der neuen Gesellschaft böte das Glück ihrer Mitglieder kein Äquivalent für die Not derer, die in der heutigen zugrunde gehen. Das heißt also, dass wir etwas von der Geschichte der Menschheit auch in der Zukunft in Form der Trauer zu bewahren haben. Zur Tradition gehört, wie ich meine, die Trauer. Inwiefern nun berufen sich die Studenten auf die kritische Theorie? Zwei Missverständnissen muss man hier vorbeugen. Von der studentischen Linken her könnte es so aussehen, als habe die kritische Theorie in dem Augenblick versagt, als sie von den jungen Aktionisten beim Wort genommen wurde. Was der radikalste Flügel meint, ist dies. Die kritische Theorie Horkheimers und Adornos habe die praktische Bewährungsprobe nicht bestanden. Sie habe sich dabei selbst als haltloses, intellektuelles Glasperlenspiel entlarvt. Weit haltloser scheint mir der Vorwurf der anderen, der reaktionären Seite. Sie wirft den Lehrern der Studenten ebenfalls mangelnde Konsequenz vor, möchte sie denunziatorisch als geistige Wegbereiter haftbar machen. Beide Anwürfe ziehen einen Kurzschluss zwischen Theorie und Praxis. Sowohl Adorno wie Horkheimer jedenfalls haben ihre Lehre fast streng gegen die Versuche abgeregelt, die sie zur unmittelbaren Nutzanwendung gebrauchen, missbrauchen wollen. Die Studenten haben angefangen von der Forderung auszugehen, die Universität müsse reformiert werden. Inzwischen sind sie längst zu dem Schritt gegangen, dass die Universität so wie sie ist, ein gerechter Spiegel einer ungerechten Gesellschaft ist und das mit Universitätsreform allein nichts zu machen wäre. Was ist da zu sagen? Ich glaube, das ist ganz richtig. Mit Universitätsreform allein ist das nicht zu ändern. Andererseits aber spielt die Universitätsreform schon deshalb eine so wichtige Rolle, weil sie ja auch eine andere, bessere Erziehung der Jugend bedingen würde, denn in der Universität werden ja dann die Menschen gebildet, die auf die Jugend Einfluss haben und ich habe schon dargelegt, warum die Schule heute eine viel größere Bedeutung hat als in der Erziehung, als einstmals. Und ich wage natürlich nicht zu sagen, jetzt allgemein, was in der Gesellschaft geschehen kann, aber dass die Gesellschaft so wie sie heute ist, ein problematisches darstellt, vor allen Dingen aus dem Grunde, dass sie den Ideen, zu denen selber sie sich bekennt, wir sprachen eben von der Demokratie, nicht gerecht zu werden vermag, das sollten wir den Studenten entschieden zugeben. Ja, die Studenten erblicken diese heuchlerischen Züge darin, dass die laut ausgesprochenen Ideale mit der Praxis nicht übereinstimmen, was sie gerade sagten. Aber ist das nicht ein Circulus Viciosus, wenn man sagt, die Gesellschaft müsste reformiert werden, damit eine bessere Universität aber die Universität bildet die Leute aus, die die Gesellschaft von damit es eine bessere Universität gibt. Denn darüber sind wir völlig klar, die Universität ist ein Mittel. Die Universität ist eines der Mittel, um eine hellere Jugend und überhaupt hellere Menschen zustande zu bringen, ebenso auch die Mittel für eine richtigere Gesellschaft, denn wir dürfen bei aller Kritik an der Technik natürlich nicht vergessen, dass sie eine Notwendigkeit darstellt und dass ihre Weiterentwicklung eine Notwendigkeit darstellt. Deshalb sind diese Fragen wirklich unendlich kompliziert und das Einzige, was ich zu diesem Problem der Jugend zu sagen vermag, ist, dass die Erwachsenen Grund haben, sehr ernsthaft darüber nachzudenken. Sind die gegenwärtigen Machtverhältnisse und Zustände oder die Widersprüche in der momentanen Gesellschaft wieder einmal so groß, dass es einer Revolution bedarf oder sind sie es bei unseren Verhältnissen nicht? Letztlich wird das durch die Praxis entschieden. Ich glaube, wir müssen, wie ich zu sagen pflege, theoretische Pessimisten und praktische Optimisten sein. Wir müssen das Schlimme befürchten und doch unser Bestes versuchen. Und ich meine, die faschistische Periode könnte zumindest in den Ländern, in denen wir leben, vermieden werden. Das bedeutet aber nicht, dass nicht immer eine mehr und mehr alles umfassende Regelung eintritt. Das ist wohl einfach schon aufgrund der Bevölkerungsvermehrung, schon aufgrund der dadurch notwendigen Entfaltung der Technik mit der Zeit eine Notwendigkeit. Die Menschen werden lernen in ihrem Leben wesentlich auf Zeichen zu reagieren. Als Symbol pflege ich da einfach an den Übergang über die Straße zu erinnern. Früher ging man über die Straße und hat rechts und links geschaut, hat sich überlegt, kann ich jetzt noch hinüber und hat dann die Entscheidung getroffen. Heute wartet man auf das grüne Licht und wenn es rote Licht kommt, bleibt man stehen und das wird wenigstens im Allgemeinen, es gibt natürlich auch hier immer Ausnahmen, aber das könnte so weit sich entwickeln, dass derartige Reaktionen in die Substanz des Menschen übergehen und dass er gewissermaßen ohne Überlegung einfach glatt bei Rot stehen bleibt. Also eine rationale Verhaltensweise, die ihn aber in gewisser Weise dann zum Instinkt geworden der tierischen Reaktionsweise näher bringt. Herr Professor, diese Angst vor der Technik, die den Menschen zu solchen Reaktionen zwingt, die nicht mehr Entscheidungen sind, sondern einfach nur tierische Reaktionen. Diese Angst hat doch bei vielen Denkern heute zu dieser totalen Gegenutopie einer wieder enttechnisierten Welt geführt. Haben diese Utopien einen reellen Kern? Haben die eine Chance? Das meine ich nicht. Denn ich bin schon der Überzeugung, dass in einer Gesellschaft wie der unserer sehr viel Schlimmes durch eine weitere Entwicklung der Technik vermieden werden kann. Oder gar der Rückfall, der würde viel Schlechtes mit sich bringen. Daran ist wohl gar nicht zu zweifeln. Aber umso mehr hat die kritische Theorie die Aufgabe und hier schlägt das scheinbar Konservative in das scheinbar Revolutionäre oder das wahre Konservative in das wahre Revolutionäre über, also der Entwicklung ernsthaften Widerstand zu leisten, indem sie dafür sorgt, dass das, was einmal Kultur hieß, nicht von der Technik nun einfach ausgewischt wird. Diese Gefahr besteht und ich meine, das gehört auch nicht nur zur kritischen Theorie, sondern eben zu dem denkenden Menschen schlechthin. Im Zusammenhang mit der Studentenrevolte ist oft nach psychologischen Begründungen gesucht worden. Von einer vaterlosen Generation spricht Alexander Mitscherlich. Auch Horkheimer sieht die psychische Wurzel in dem Zurückgehen der Vaterautorität. Und infolgedessen der Sohn vielmehr als die Worte des Vaters die Anforderungen der Gesellschaft und der Kollektive in sich hineinbildet. Und es ist anstelle des Vaters tritt weitgehend das Kollektiv. Was sind da die Folgen davon? Die Folgen davon sind, dass in den Menschen eine Tendenz zum Konformismus gegenüber dem Kollektiv stattfindet, anstatt und dass er sich ein Gewissen bildet, wie das noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Fall. Da er auf der einen Seite die Autorität des Vaters geschwunden ist, dafür die Autorität des Kollektivs getreten ist, wie erklärt sich dann die rebellierende Jugend aus diesem Punkt, die ja weder dem Kollektiv gehorcht noch dem Vater, dem übermächtigen Vater. Ja, glauben Sie das? Ich glaube doch, dass die Studenten weitgehend, soweit ich sehe, mindestens die rebellierenden Studenten, zu dem Kollektiv halten, dem sie sich angeschlossen haben. Das, was da als Losungen auftaucht, das waren doch ursprünglich die Gedanken der kritischen Theorie, die zu Losungen herabgekommen sind. Ja, weil Sie mit Recht bemerken, und da bin ich der Letzte, der Ihnen widersprechen würde, dass diese Gesellschaft wahrlich reformbedürftig ist. Reformbedürftig, nicht revolutionärbedürftig? Ja, ich meine, dass sie reformbedürftig ist, weil ich glaube, dass wenn diese Ideen die gesamte Gesellschaft ergreifen, dass es gar nicht der Revolution bedarf, sondern zu einer Reform kommen wird. Denn schließlich und endlich wird ja auch die jüngere Generation dann die Mehrheit in dieser Welt bilden. schließlich lösung haben. lösung Vielen Dank.